Hallo Freunde, schön, dass ihr wieder da seid. Heute berichten wir mal von der Sandgrube, wo wir heute zu Gange sind. Ja, hallo auch von mir. Sandgrube, wir hatten riesenhaft Glück gehabt mit dem Wetter. Jetzt regnet es nicht mehr. Vorhin, wie wir hier ankamen, war es halt quatschennass. Der Sand saucht halt gut auf. Man kann trotzdem für uns fotografieren. Jetzt sieht man hier nicht viele von uns. Die sind alle verteilt. Überall irgendwo Fotografen, in irgendeinem Sandloch. Ein Model liegt da rum. Ich glaube auch, hinter uns sind auch welche Models am Gange, Marc. Ja, doch. Zwei sind gerade noch beschäftigt. Aber wir haben auch ein paar Luftaufnahmen für euch, damit ihr das Ganze mal von oben betrachten könnt. Das ist halt sehr, sehr weitläufig. Das heißt, man hat wirklich Platz. Man kann einzelne Sets aufbauen, ohne dass man sich großartig selber ins Gehege kommt. Wir können ja mal ganz kurz gucken, ob wir mal Zeit finden, die zwei. Ja. Habt ihr mal ein bisschen Zeit für uns? Hallo. Hi. Das sind zwei Models, die wir schon an Schwenkelzeit kennen. Zum einen einmal die Anne und zum anderen die Jennifer. Wie seid ihr dann zum Fotografieren überhaupt gekommen? Erzähl doch mal kurz. Gute Geschichte. Eigentlich durch die Laura, die ja auch mitmodelt. Und da war ich als erstes Assistent. Und dann sind wir zusammengekommen, wir zwei. Stimmt. Und wie war es bei dir? Die Anne hat mir erzählt, wie es hier abläuft. Du bist quasi ins kalte Wasser geworfen worden? Genau. Ja, genau. Und dann hab ich mir mal ein Shooting vor dem Volker angeguckt und jetzt bin ich hier gelandet. Okay. Gefällt es euch so weit wenigstens? Ja, macht Spaß. Ja? Ja, das ist immer die Hauptsache. Immer was Neues. Es gibt immer neue Menschen bekommen. Wir haben dann heute auch das erste Mal mit Luftaufnahmen. Wir werden von oben beobachtet. Ganz interessant. Mal sehen, was dabei rauskommen. Ja. In diesem Sinne, lasst euch überraschen. Viel Spaß noch. Schaut euch um. Ihr kriegt nachher noch einige Bilder zu sehen. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.